Heute meine liebe Freunde, tun wir einfach mal wieder Roblox. Sorry wegen gerade E-Band, weil mein Ding, also mein Sound war gerade unnormal laut. Deswegen, ich mach mal noch leiser. Oder so reicht's. Okay, ich hab hier schon ein bisschen gespielt. Ich hab das früher auch gespielt, wie Dings, das andere Spiel. Wo ich über eine Million oder so, oder über zwei Millionen hatte. Diese Dings-Punks of Legend oder so, darüber mach ich ein Video auch morgen oder so. Ähm, und ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Also, ich will hier unnormal sch- also ich will richtig schnell sein. Deswegen mach ich mal sehr lange, also bis 100. Vielleicht guck mal, bin ich schneller als davor? Ja, ich glaub schon. Ähm, wir trainieren erstmal. Heute, allerletzte Chance für kein Master. Wenn jetzt kein Master, ich geh zum Kappen und so, dann bruhl, dann weiß ich richtig drauf nicht. Dann hör ich wirklich auf mit keinem Master. Dann hab ich keine Intros mehr, kann keine richtigen Videos mehr machen und so. Okay, ich hab schon einen Lift da oder wie auch immer das heißt. Ähm, und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich 500 oder also viel mehr habe. Und, okay Leute, ich hab mir noch ein bisschen Speed geholt. Ich hab noch ein bisschen hier so, ähm, Agility, wie auch immer das heißt, gemacht. Ähm, ich wollte eigentlich bis 100. Also, ich wollte eigentlich bis 100. Das sieht man hier, wie viel ich jetzt habe. Ich hab gerade 90. Ich wiege 90 Kilogramm, bin 2 Meter groß und diese Stärke, ich glaub, das war Stärke, sie ist auch oben in der Mitte. Da hab ich 250. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Also, ich weiß schon. Ich will gerade auch nochmal schnell machen, aber es wird immer... Komm, Leute, ich mach erst mal meinen Boost. Also, was ist das nächste als 100, 100, 250, 250, 600, okay, okay. Ich mach, ich mach, ich bin jetzt so lange dran, bis 250 oder so, bis... Also, 150 bis 200 mach ich jetzt. So lange und, ja, wir sehen uns gleich. Ich wollte hier gerade weiter trainieren, aber hier ist gerade ein Typ über mir. Okay, ist weg. Und, ja, der war so groß, ich glaub, er hat gerade eben einen Rebuff gemacht. Ähm, und ja, machen wir einfach mal weiter rein. Ich nehm euch ein bisschen mit. Ich geb mal plus 3 Galatee, sag ich jetzt einfach mal, weil ich kann's nicht aussprechen. Und ich will's halt nicht lesen. Mach einfach, wie ich will. Ähm, da, wir sehen uns bei 150 und, ähm, 50 Stärke. Ähm, ich mach nur die Aufnahme weiter, wenn, ähm, irgendwas jetzt passiert ist, wenn irgendwas krasses oder so ich bekommen habe. Also irgendwas und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Also, ich hab mich entschieden, hier weiterzumachen. Weil ich krieg hier auch diese Duba-Dings drin. Und, diese blauen hier. Ich hoffe, ich kann jetzt hier so einen Kreis machen, damit ihr das seht. Und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Also, ähm, machen einfach weiter, bis wir 500 haben. Ich nehm mich auch da mit, bis wir 500 haben. Und ich hab mein Speed, die uns also, ja, mein Boost, damit ich schneller bin. Ich denke mal, dass es damit ich schneller bin. So irgendwas mit 200 gemacht. Ähm, und, ja, wir gehen gleich zurück auf dieser Insel. Ich bin einfach hier reingegangen in diese Krone-Dings drin. Und, ja, gehen gleich zurück. Machen wir kurz mal Dings. Warte, gehen wir mal schnell rein. Junge, dieser Chat trägt mich so auf. Kann man hier diesen Chat, äh, zumachen, damit man keinen in den Arsch kriegt oder so? Ich gucke zu 152. Ich mache jetzt noch bis 300 oder so. Oh, Mann, man kriegt die plus 1, war's. Okay, ich geh schnell zurück. Kurz noch bis 500. Dann denke ich mal, habe ich was Neues oder mach einfach irgendwas. Und, ja, wir haben schon die 505. Ähm, und, ja, ich gucke mal, ob ich was dazu kriege oder so. Und, ja, wir gehen jetzt gleich. Ich denke mal, ich mache jetzt hier keine Katze mehr. Ähm, ich hab hier 266. Ich krieg plus 4, das ist auf jeden Fall richtig gut. Und, ja, ich mache jetzt bis 300 oder so. Okay, mach mal schneller. Oh, Maschine, mein Freund wartet schon. So, dieser Chat oben, der ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, 306, 310, 314, 316, 318, sorry. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und, ciao. Also, wenn ihr noch ein Part wollt, dann lasst jetzt schon mal ein Like da und ein Abo da. Und, ciao, ciao.